Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Zufallsexperiment ist und wie man Ergebnisräume bestimmt. Unser Ziel für dieses Video wird nämlich sein, den Ergebnisraum eines zweistufigen Zufallsexperiments zu bestimmen. Wir sind jetzt hier in der letzten Box auf dem Arbeitsplatz angekommen. Wir haben noch ein Abschlussbeispiel zu lösen, das in drei Teilaufgaben gegliedert ist. Und in diesem Video schauen wir uns jetzt mal die Teilaufgabe 1 an. Bei dem Beispiel geht es um den Gernot, der einen roten und einen weißen der Blaswürfel würfelt und sich dann immer das Würfelpaar, also diese Augenzahlen, die er gewürfelt hat, aufschreibt. Und wir sollen uns jetzt überlegen, was ist hier der Ergebnisraum Omega. Ich würde dich wie immer bitten, das Video kurz zu basieren und zunächst einmal zu versuchen, das Beispiel selbstständig zu lösen. Wie ich das gemacht habe, zeige ich dir dann gleich im Anschluss, dann gibt es die Auflösung. Okay, ich hoffe, du hast dir deine Ergebnisse notiert. Ich zeige dir jetzt, wie ich mir das überlegt habe. Wir haben den roten und den weißen Würfel, die werden einmal geworfen und dann haben wir zum Beispiel, wie in der Angabe, mit dem roten Würfel einen Fünfer gewürfelt und mit dem weißen einen Dreier. Und wir schreiben uns das dann so auf. Und ich werde mir jetzt hier wieder eine Tabelle machen, so ähnlich wie in der Teilaufgabe D von der Box 2, die wir in einem anderen Video schon gelöst haben. Und zur Erinnerung, das war die Angabe, wir haben zwei Spielwürfe gehabt und das Ergebnis des Zufallsexperiments war die Summe der Augenzahlen. Das heißt also hier, Summe der beiden Augenzahlen, das war die Tabelle und ich habe mir einfach da eine Zeile und eine Spalte für die Augenzahlen von 1 bis 6 gemacht. Und immer da, wo sich die jeweilige Zahl aus der Zeile mit der Zahl aus der Spalte trifft, steht dann die Augensumme der beiden Zahlen drin. Da sieht man hier so schön, wir haben so eine Art Spiegeldiagonale hier in der Mitte drin, weil die Ergebnisse, die hier unten sind in dem Dreieck, sich auch da oben widerspiegeln. Und wir haben auch festgestellt, dass das Ergebnis 7, also die Augensumme 7, die häufigste Augensumme ist. Und der Ergebnisraum, den können wir auch recht gut ablesen, der streckt sich einfach über die Zahlen von 2 bis 12. Und eine wichtige Sache, die jetzt dieses Beispiel von dem Beispiel, das wir jetzt lösen sollen, unterscheidet. Wenn wir hier zum Beispiel die Summe 8 anschauen, dann haben wir mal hier 5 Möglichkeiten, die Augensumme 8 zu bekommen. Und wenn wir das jetzt ein bisschen genauer haben, zum Beispiel einen Würfel mit einer 5 und einen Würfel mit einer 3, dann gibt es hier zwei Möglichkeiten. Nämlich, wenn ich jetzt sage hier, erster Würfel zeigt einen 5er an und zweiter Würfel einen 3er. Oder erster Würfel zeigt einen 3er an und zweiter Würfel einen 5er. Wir unterscheiden ja nicht zwischen den Würfeln, weil sie hier dieselbe Farbe haben, also zum Beispiel beide weiß oder beide grau. Und daher gibt es hier zwei Möglichkeiten für die Augensumme 8 mit dieser Zahlenkombination. Jetzt zurück zu unserem Beispiel. Wir haben ja hier ein bisschen eine andere Angabe. Wir haben einen roten und einen weißen Würfel. Das ist mal der erste Unterschied. Außerdem schauen wir uns ja nicht die Summe der beiden Augenzahlen an, sondern das Zahlenpaar. Besser gesagt, das zweifarbige Zahlenpaar. Ich habe dann hier bei der Tabelle eine Spalte rot eingefärbt für den roten Würfel und ich habe außerdem die Augensummen durch die Zahlenpaare ersetzt. Jetzt schauen wir uns hier mal die Diagonale an. Das sind die Paschzahlen. Also immer dann, wenn wir zwei gleiche Zahlen haben, 2 1er, 2 2er und so weiter, dann haben wir da ein Zahlenpaar mit derselben Zahl und dann gibt es noch die Zahlenpaare mit verschiedenen Zahlen. Wenn wir uns das anschauen, das wir in der Angabe haben, zum Beispiel 5 3, das ist hier. Dann gibt es noch ein anderes Zahlenpaar mit derselben Zahlenkombination, nämlich hier 3 5. Aber, das ist jetzt der entscheidende Punkt, diese beiden Zahlenpaare sind ja nicht die gleichen, weil wir auch darauf schauen müssen, wo welche Zahl steht. Also wir haben das ja mit der Schreibweise so gemacht, dass die Zahl für den roten Würfel zuerst steht und die für den weißen Würfel danach. Und ich habe das dann auch noch entsprechend eingefärbt, damit man das besser sehen kann, dass hier 5 3 nicht dasselbe ist wie 3 5. Das ist jetzt ganz wichtig. Jedes dieser Ergebnisse in der Tabelle ist einzigartig. Das kommt mir einmal vor und wir haben auch hier gleich alle Ergebnisse aus dem Ergebnisraum drin. Das heißt, wir können die Einträge aus der Tabelle nehmen, in einen Einklang ergeben und dann haben wir unseren Ergebnisraum Omega bestimmt. Jetzt können wir uns noch überlegen, ob es sich hier auch um ein Erlass-Experiment handelt. Wir sehen recht schön, das ist eine ähnliche Anzahl von Ergebnissen. Also die erste Eigenschaft ist auf jeden Fall mal erfüllt. Und wenn wir das ganz genau wissen möchten, das sind 36, weil wir für den einen Würfel sechs Möglichkeiten haben und für den anderen Würfel auch. Das heißt, 6 mal 6 ergibt gleich 36 und diese sind auch alle gleich wahrscheinlich, wie wir festgestellt haben, weil jedes ist ja einzigartig, also ein günstiger von 36 möglichen Fällen. Und damit ist die zweite Eigenschaft erfüllt und es handelt sich um ein Erlass-Experiment. Jetzt, bevor wir zur Teilaufgabe 2 gehen im nächsten Video, habe ich noch eine kleine Fleißaufgabe für dich. Und zwar sollst du dir überlegen, ob es sich auch noch um ein Erlass-Experiment handelt, wenn die beiden Würfel nicht farblich unterscheidbar sind. Die Auflösung dazu gibt es gleich. Gut, wenn wir jetzt den Ergebnisraum anschauen und der Reihe nach durchgehen, dann werden wir feststellen, dass wir ein paar Zahlenpaare herausstreichen können. Denn wenn die beiden Würfel gleich sind, also wenn sie dieselbe Farbe haben und wir nicht unterscheiden, welche Augenzahl jetzt auf welchem Würfel steht, dann haben wir ein Paar, die doppelt vorkommen. Das Zahlenpaar 1,1 ist eine Paschzahl, die ist einzigartig, aber das Zahlenpaar 1,2 zum Beispiel kommt in dieser Form hier vor und mit der anderen Reihenfolge hier bei 2,1. Aber wenn die beiden Zahlen quasi dieselbe Farbe haben, dann ist das ja dasselbe Zahlenpaar. Das heißt, wir können hier eines davon streichen. Und genau diese selbe Überlegung setzen wir jetzt fort und gehen bis zum Schluss von dieser Menge so weiter. 1,3 und 3,1 haben wir auch wieder doppelt, also können wir eines rausstreichen. Dasselbe bei 1,4,4,1 und so weiter. Dann kommen wir wieder zu einer Paschzahl. 2,2, die bleibt. Dann 2,3,3,2 können wir eines streichen und so weiter. Also ich mache das jetzt hier im Schnelldurchlauf und die einzigen Zahlenpaare, die dann am Schluss übrig bleiben werden, sind eben die sechs Paschpaare und jeweils die Hälfte der Paare mit verschiedenen Zahlen. Das sind in Summe 21 Paare. Also hier ist der Ergebnisraum schon mal ein anderer. Jetzt schauen wir uns an, ob die Eigenschaften erfüllt sind. Der Ergebnisraum ist immer noch ähnlich. Das ist irgendwie klar, weil wir ja weniger Ergebnisse haben als in dem vorigen und der war auch schon endlich. Also diesmal erfüllt. Aber sind auch die Elementarereignisse gleich wahrscheinlich? Das müssen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Wenn wir die Tabelle nehmen und das Ganze wieder so umformen, dass wir hier gleichfarbige Würfel haben. Jetzt haben wir also ein einfarbiges Zahlenpaar und hier auch die Farbe rausnehmen. Dann schauen wir uns mal an, was mit den Einträgen passiert. Hier unten in dieser Stiege kann ich das so hinschreiben, dass ich jetzt die Zahlenplätze tauschen lasse und zwar so, dass die kleinere Zahl immer vorne steht. Es spielt ja keine Rolle, wie ich das dastehen habe. Und dann schauen wir uns diese gedrehte Stiege hier oben an und dann sehen wir recht gut, dass die Einträge hier die gleichen sind. Also das ist das, was wir vorher gesehen haben. Das sind diese doppelten Paare. Hier hatten wir ja 2,1. Ich habe das dann umgeschrieben und das ist dasselbe Zahlenpaar wie 1,2. Das heißt, von diesen 36 Kombinationen aus der Tabelle gibt es die Paschzahlen, die sind einzigartig und es gibt die Paare mit den verschiedenen Zahlen. Für die gibt es immer zwei Möglichkeiten. Es gibt immer hier oben so ein Gegenstück dazu. Und wenn wir dann die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, dann sehen wir, dass, weil zum Beispiel sowas wie 5,3 dasselbe wie 3,5 ist, das dann auch anders ausfallen wird als beim vorigen Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit für eine Paschzahl ist immer noch ein günstiger von 36 möglichen Fällen. Aber für ein Paar mit verschiedenen Zahlen, wie zum Beispiel 5,3 oder 3,5, gibt es ja zwei Möglichkeiten, also zwei günstige von 36 möglichen Fällen. Und deshalb sind die beiden nicht gleich wahrscheinlich und die zweite Eigenschaft ist nicht erfüllt. Also wir haben hier kein Laplace-Experiment. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.